Hallo meine Freunde, ich stelle mich kurz vor, ich heiße Victor. Die meisten kennen mich unter dem Namen Victory Time auf YouTube, Instagram oder auf Facebook. Am meisten auf Instagram vertreten, selber Personal Trainer und arbeite selber in der Fitnessbranche komplett. Das heißt, ihr seht auch hier am MyProtein-Stand, auch Ambassador von MyProtein, ProBraver, auch Fitbit unter anderem. Und ja, ich habe jetzt eine sehr, sehr gute Behandlung von Taste bekommen und ja, ich muss sagen, ich habe schon einiges an Erfahrung, weil ich selber mit der Black Pro und mit der Faszienrolle selber arbeite und ja, es hat mir einiges jetzt schon geholfen. Nach einem Mal kannst du aber natürlich nicht immer sagen, hey, alles ist perfekt, die Behandlung müsste immer wieder gemacht werden, aber ich habe für mich gemerkt, das ist schon sehr, sehr gute Sache und ich muss auf jeden Fall mehr Kontakt aufnehmen und immer wieder das machen. Ich kann mich nur bedanken bei Tasty, geile Sache, kommt vorbei, schaut euch das an und yes, peace, danke euch.